hallo ich meine liebe freunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem kanal ich weiß leute es kommen jetzt hat sehr viele server aber ich finde dieser server hat echt mal potenzial ihr seht es auch gerade schon an der seite dass ich euch heute ein ziger zockt punkt des haus stelle und ja ich finde dieser server dafür schon mal sehr viel potenzial die lobby finde ich auch sehr schön ja das schon der von admins und zwar gott dieser server war immer tiger klein 62 m gottes server und ja noch mäßigst gerne dich raus falls das ist im erst mal fangen wir jetzt an mit der hotbar er ist nicht auch cool als erstes haben wir noch einmal den endtagen so und damit werden wir nach vorne gebuchtet ja und denn den navigator dazu kommen wir aber gleich noch und dennoch bau server beta games hier ist der bau server als city bild und dennoch die ganzen extras und so weiter spieler sichtbarkeit müsste auch nicht jeder kennen lobby switcher also es gibt eine lobby sorry wegen meiner komischen stimme die lobby finde ich wie gesagt ganz schön also könnte ich selber rein ziehen ich würde mal sagen wir fangen an der spawn und dann gibt es die endermode was auch immer das ist ich glaube das sind so verschiedene modus tdt ffa können wir noch mal kurz in ffa reingehen da ist auch gerade einer von den admins dürfte eigentlich auch jeden verkannten also ich würde mal sagen wenn man auf diesem server nichts findet was man aufnehmen kann denn ja schon irgendwie so ein bisschen komisch ja kennt denke ich mal jeder so der so meiner mein kopf szene dabei ist muss sagen sie dass aber sehr viel potenzial das wird denn jetzt machen ich mache gerade zur vorstellung hallo team ist nicht erlaubt tschüss 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 okay das war jetzt ein kleiner feld dann gehe ich mal wieder hier raus ähm und dann gibt es als nächstes ffa das war doch nochmal das dann gibt es skype vp dürft ihr auch wieder kennen da ist alles hier so die server ne dann gibt es noch ttt ist auch hier noch ist auch hier und dann gibt es noch skyros das ist glaube ich gar nicht voll auch richtig cool und dann noch ganz und das ist auch wieder hier und zwar ist bettos da oben und hier denke ich mir auch noch nee und dann gibt es noch zu guter letzt gibt es noch die coole community die ist hier da kann man die betreten dann gehen wir mal rein so wir spawnen hier ich muss noch mal dazu sagen ich finde das mega cool hier kommt man aber die youtuber bühne die youtube ist krass aus leute zieht euch die mal rein zieht ihr euch mal rein und dann geht es noch nicht verfügbar ja dann geht ja die community noch weiter ja sehr recht cool ne ja ne ich habe nun finde ich auch immer mega cool wollen nämlich jetzt hier verarschen obwohl ich wollte nicht ja immer sagen die wir jetzt auch mal hier raus also könnte ich gerne mal selber angucken die community ja und natürlich möchte mich hier auch für die youtuber an bewerben und ja also könnt mir gerne eure meinung von dem server in die commis schreiben noch mal danke noch mal für die fast 550 abos ich mache mir hat immer mehr spaß videos aufzunehmen und es kommt ja auch ein neues intro aber es dauert noch ein bisschen deshalb nämlich jetzt noch das alte intro und ja die dreimal ja und ja wo sind die eine stirb ja wir wissen was jetzt schreibt ich habe sicher so machst du gerade eine surfstellung bin ich im video ja was gibt's hier noch ein pfeil den lasse ich jetzt mal kurz in ruhe ja was ist denn nimmst du auf ja ja alle das ist auch mal wieder ganz cool ne also ich denke mal dann seht ihr mich auch hier natürlich auch auf der bühne ich glaube dass ich jetzt oft in der community bin aber natürlich man weiß natürlich nicht und ja ich denke mal wir springen jetzt noch einmal runter und diese zu verbringung zu spenden ist auch echt geil ne also team speak tegazock.de im server auch tegazock.de ähm und ja ich würde mal sagen viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen forum auch tegazock.de ähm und ja könnt ihr euch den server gerne mal selber angucken ähm und ja wie gesagt die lobby ist auch echt cool kann man viel entdecken ähm und ja leute ähm ich würde einfach mal sagen schaut doch gerne mal auf dem server vorbei also join now ähm und ja und wenn ihr wie gesagt noch irgendwelche fragen habt zum server könnt ihr die gerne im support stellen oder auf dem server ähm und ja und leute dann passt es auch mit dem video ähm wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine positive wertung da ähm und dann sehen wir uns würde ich einfach mal sagen im nächsten video wieder ich wollte mich nochmal entschuldigen dass jetzt so lange keine videos kamen aber leute ähm ja ne ich hatte einfach nicht so viel bock ähm und dann tschaui tschüss 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 tschüss